hier leute ich bin's wieder marcus von lakken rv ich bin wieder wumtelor 2 in der letzten Folge haben wir ja Krieg mit Galatien bekommen diese scheiß Verräter und wir hatten auch Krieg mit Patien und Klimera Patien hat dann nach irgendwie nach zwei Runden nur so einfach mal die Ticket um wollten die dann die Kämmerer haben auch nicht geklärt aber ja es tut mir leid das kann ich sollte nicht so gut äh ja es wird passiert bis euch die Bühne zerbluten ey was ist denn das? ey ich bin genau neben den Gegnern und ich kann nicht angreifen ey was ist das? Bereitsung, das können wir nicht tun ja die Tumadain und die, okay, äh, äh, geil die kann angreifen und, äh, ja, greifen wir mal die Siegung werden belagert um von natürlich die die kann nicht fliehen, das ist geil ja die idee hier nichts zu tun und die ja da wäre auch eine große schlacht geschlagen habe ziemlich viele Flusserl fast alle Männer weil wir mehrere Schlachten gehabt äh ja die Momentin hier weil wir uns auch alle nicht mögen wie eine scheiß Expansionspolitik erhässt seit die Grüße, wohl oder üb so spricht er äh was kann man es überhaupt noch mögen keine Ahnung das mal kurz einfach kreis nach wie die scheiß Expansionspolitik hier ich finde es immer noch einfach so eine beschissen Idee diese scheiß Expansionspolitik das ist finde ich einfach behindert sorry ist aber so ich finde aber diese Expansionspolitik einfach der größte Müll das gibt's wir hungern nach einer das gibt's komm wir helfen die mal wir hungern nach einer schlacht ja die immer da nein so mich ist ja schon eingenommen ich gehe nicht mal wieder wir brauchen und die 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 Ja, keine Aktion. Keine Aktion. Ist immer schön. Äh, ja. Die müssen ja... Tja, genau. Als ich nicht mit dranbleiben sind die. Aber wie lang noch? Das ist das. Wir werden eh alle weniger klären. Ich hasse das. Das ist 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 echt stark gegen mich, finde ich. Alter. Wie viel Truppen alles, ey. Ist ja nicht lustig, wenn die mir die Küche erklären. Äh, ziemlich lustig. Das ist richtig lustig. Aber das ist mal die Stoppuhr nicht vergessen. Wie könnt ihr da stehen und diese Nini Ok Weil klar die Wunsch Ja Null, darum machen wir das Viele Verluste Leute Ganz tot Viele Verluste oder ok Ja wir fangen zu töten Die Bauch Das Geht Die war ne Keten-Garmann. Okay. Warum können die nicht da hingehen? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Warum können die nicht? Ach komm, ich greif jetzt ab. Tja. 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 Geh schnell. Kann sich jetzt bewegen. Dankeschön. Warum? Ich check's nicht. Seid ihr bereit, rum zu dienen? Ja, ein Später. Äh, ah, okay. Da sparten wir schon, oder? Da sparten wir. Ja, wir haben verloren. Da habe ich keine Truppe irgendwie verloren. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure... Rührt euch Männer! In Bewegung! Aber von da kann er irgendwie nicht, oder was? Ist doch voll unlogisch. Ah, okay. Ja, okay, nee, dann mach ich ja lieber, dass die da... Ich fürchte, das können wir nicht. Wir hungern nach einer Schlacht. Wir hungern nach einer Schlacht. Sooo. Dann machen wir mal mehr. Weiter geht's. Sooo. Ich denk mal, dass die zwei Truppen haben. Zwei große. Na ja, ich wahrscheinlich dann Zerakina angreifen. Oder Phanagori, aber ich... Ich mach das ja jetzt. 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 Ich schieb geiler. Ja, voll geil. Kann ich doch von hinten angreifen? Ja, lieber den großen Fein besiegen. Da merks gar nicht lang. Aber jetzt muss ich auch ein Minion annehmen. Ich muss auch mal wir auch. ich will jetzt auch etwas annehmen und dann haben wir gezucker alles im Ding ja dann können wir irgendwelche ah da, Legio X Feneria ja ich bin da jetzt auch nicht weil wir so viele Legionen haben das dauert mehr für mich das wir alle mal irgendwann haben das ist klar das ist gut ja, wenn ich schlicht Party Frieden denn, warum sind die ich nicht automatisch Frieden? Carthago hat der Welt viel ja hier steht tatenlos rum wel das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt Herr ok haha warum wieso ey, ist doch so bursch warum machen die Krieger, weil sie genau wissen, dass sie keine Chance haben die Chips nicht die Chips nicht ok, die Muttsschau oh, weiter mit weiter mit oh oh das ist hölliges das ist ich erwarte eure Befehle für Tod und Ehre zack du musst zack 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 du musst zu euren Diensten so so ok покупarsch haben jetzt tatsächlich noch 8 Minuten, ey. Alter. Ähm, ich müsste wenn dann die einer Armee zum Kampf zwingen. Aber nur einzeln, nicht mit den einzelnen Truppen. Das ist es. Das ist so witzig, ey. Am Krieg, am Krieg dann machen sie wieder Frieden, weil sie wieder verkacken, ne? Alter. Aufwand für nichts. So, ja. Und die kann wieder dahin gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Aufwägen für nichts. Tonee, 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 keine Ahnung, wo es ist. 38, äh, 32 Amels. Dann, wenn wir die annehmen, 36, 34, 35, 36, 36, 34, 34, 38, 39, 40, nice. Da könnte ich schon dann später von Montrigus heruntergehen. 35, 42, 43, 42, 42, 42, das okay dann geht die mal lieber um ihn nicht ich glaube ich will keinen Krieg gegen Spachnien machen ich muss ja nicht ganz ehrlich das ist alles easy ich will kentick ich will kentick ich will kentick entweder die das haben wir mit mir geht was ich nicht glaube oder Massegiten, Alter die gibt es auch ab in mir Sarai Alter Gehle Klonus ok dann können wir jemanden hier ah ok Wien verhandelt, Galatien wie jemand befördern ja der das wollen wir zum Köln ja 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 am Massegiler der sehr lege und 2 ne aber gar nicht zu euren Dien so mach 8 Provinzen ja aber noch das für den 1 2 4 5 5 3 97 doch und dann können wir den 3 annehmen, hä, müssen wir das gar nicht annehmen, ja, wir werden eh Turbald annehmen, ganz ehrlich, äh ja, bin der 1. Wenn wir die Runde, schauen was uns zu Leuten machen, oh nein, ich hasse diese Spione, ich hoffe aber nicht alles, natürlich, was denn sonst? Ein einfacher Tribut, mehr erwarten und benötigen wir nicht, dann können wir gerechte Worte wechseln. Ein einfacher Tribut. Und ja, alle hier jetzt, achso, okay, die werden jetzt, wir machen jetzt alle Frieden, ja. Ja, ich weiß noch nicht, ob Edithani, was sind denn die? Ah, okay. Ja, okay. Ich erwarte eure Befehle. Echt das? Ah, das ist so wohl. Alles in der hohen Sohn, kann das immer nur gewesen sein? Ich hasse sie, ich nur noch nicht schon. Oder, ne, das ist nur so. Neues Kriegsziel, will ich feststellen. Was ist das hier? Dankeschön. Ich erwarte eure Befehle! War das alles? Kann man sein? So... Gucken wir mal was in Kavaks so ist. Neue Mesopotamia. Okay. Gammeln. Ne, Gammeln auch hier. Bitte legen mein Land. Gammeln. Wtf. 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 Ich muss den noch lernen lassen. Sie ist aber nicht wachsen und so was. So. Gehe jetzt von Bord. Ganz genau, ihr werdet jetzt von Bord. Dann könnt ihr die Kämmer angreifen. Ich erwarte eure Befehlungen. In Bewegung! Mich hasse ich, äh, Spione, Helden. Auf jeden Fall die Gegner. Ausschließlich Rom. Schnell und lautlos. Okay, dann werde ich noch mal gucken, was die da in Gera haben. Machen müsste ich auch schauen. Weil ich müsste die Armee vor dem Kampfkrieg noch fertig kriegen. Dann kann ich Mare bei nehmen. Beziehungsweise nach Christus schon. Schon müssten wir schlecht für diese. Ähm, ja. Nein, das war schon mal. Wir haben noch die Abkommission. Aber auf keinen Meter. Doch ein. Mösses. Gnosses. Ich kann mal rein. Krieg. 1 4 4 4 4 4 6 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 16 15 wie gegen die ja wenn er in zwei Runden ist Nein, ich wollte ja nicht angreifen, was wir nicht tun. Kommandaten? Sofort. Habt ihr noch weitere Befehle? Unsere Reise ist weg. Schneller Männer, schneller! Die zwei haben ihn zu sammeln, dass die uns da nicht mehr langweilig erwachsen haben. Aber echt. Okay. Müsst ihr auch zwei mähen. So crazy. Ja, wie wir ja einmal klein angefangen haben. Das war... Waschenche! Kommt uns wieder raus. Weiß gar nicht mehr. Waschenche! Leo! Ich will nicht ausruhen. Ich will nicht ausruhen. 8.9. 2.94. 3.94. 3.94. 3.94. 3.97. 3.94. 4.AI. 5. 3. 3. Wir könnten noch letzte Hunde... Eine Hunde machen lassen. Sind sie da? Es ist eine Ehre! Gehe an Land! Ziele erreicht! Ich erwarte eure Befehle! Ihr Hunger nach einer Schlacht! Das ist ja schön. In Moscow brauche ich zwei Armeen. Ich möchte die zwei damit nutzen. So weit ist. Wenn das so weit ist, dann machen wir gleich mal ne Runde. Ich zeig gleich zu Ende. Die Folge. Und wie die sie alle zurückziehen, weil sie genau wissen. Ja, vor allem nicht angesprochen. Ein einfacher Tribu! Also, ähm... Ich glaube... Ja... Hn Schöpferhoht. Also... Und haben die eine große... Oh ja, okay, ich werde nur nicht angreifen. Ähm, weil ja. Wir hungern nach einer Schlacht. Natürlich können wir das. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. So. Okay. Kommandant, wir hungern nach, beeilt euch Männer. Trocken, glaube ich. Oh, nice. Da bräuchte ich noch mehr. Okay. Ah, okay. Dann werden wir noch die Runde. Und dann... ...wenden wir die Folge. Ich bin schon zu 13 Minuten. Wenn wir jetzt um die Folge gehen, dann... ...wasste schon. Und dann haben wir wieder hier... ...eine Folge rum. Oh. Bitte, ich... Äh. Nein. Ich hasse die Zwischen. Ich hasse. Ich hasse. Hier steht datenlos rum, während sich diese Zecken ihm... Diesen scheiß Spione. Warum verfolgt er mich denn, Ney? Wie... Woher sollte er denn immer wissen? Ney. Ist doch scheiße. Ich hasse Spione. Wie schon gesagt. Warte, wir haben alle sterben, ey. Alle wegsterben. Was ist denn der Scheiß? Oder? Ich finde, es ist nicht bewegend. Doch, dann kann sie... ...verhinten. Und... Zu euren Dienst. In Bewegung. Kommandant. Zu euren Dienst. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Wir können hier nicht passieren. Kommandant. Ist aber sterben gegen die Uhrensäune irgendwie. Also... Ohne Witz. Da sagt die Völkung. Wo denn? Magna Gehitz? Ja. Habt ihr jetzt eine? Eine Armee? Eieiei. Ja, das hier. Ich hab gewusst genau, dass es fallen wird. Ich erwarte eure Befehle. Gut, dann würde ich sagen, wir sind uns jetzt nicht mal zu einer weiteren Folge von Unterbartag. Und ähm... Oder irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis dann und ciao. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung.